Einen wunderschönen guten Tag und damit Hallo und herzlich Willkommen zur Fahrt mit dem RE 456789 und zwar von Augsburg Hauptbahnhof bis nach München. Und genauso außergewöhnlich wie diese sechsstellige Zugnummer ist, so außergewöhnlich ist auch unser heutiger Zug, denn wir fahren mit einem umgeleiteten München-Nürnberg-Express auf der Strecke von Augsburg mit einigen Zwischenhalten in Richtung München. Und ja, diese Besonderheit wird sich während der Fahrt wahrscheinlich auch fortsetzen. Wir werden eine sehr ungewöhnliche Fahrt vollziehen, aber machen wir das Beste draus und gucken, was uns hier heute erwartet. Ja, die Türen geben wir natürlich zu Anfang frei, lassen unsere lieben Fahrgäste einsteigen und zwar in Fahrtrichtung rechts möchten wir die öffnen. Dann setzen wir uns direkt auch schon in den Führerstand hinein. Dort angekommen, stecken wir den Fahrtrichtungswender rein, der möchte irgendwie nicht rein. Jetzt möchte er rein, okay. Der geht in Fahrstellung V, also Vorwärtsfahrt und ja, dann geben sie sich auch die Türen von selbst nochmal frei. Die Lokmotive begrüßt uns mit zwei Störungsmeldungen, das ist ganz normal, also dass ihr eben Störung Störung sagt. Außerdem möchten wir gerne Beleuchtung haben und zwar am Pultlicht und außerdem möchten wir auch draußen Beleuchtung haben. Da müssen wir mal kurz gucken. Eigentlich... Achso, dann haben wir hier wahrscheinlich am Rückpanel, da ist der Kollege mit zwei roten Rücklichtern wahrscheinlich eingefahren. Müssen wir die auf drei weiße Spitzenlichter umändern. Dann möchten wir die Bremsart R haben, das ist schon richtig. Der Stromabnehmer bleibt im Auto und der Rest, der gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Dann können wir eigentlich schon weitermachen. Und zwar direkt mit den Zugsicherungssystemen. Wir möchten gerne mit LZB und mit PZB fahren und die Sifa, die bleibt heute mal noch aus. Türchen machen wir auf. Wir gucken mal, was da hinten so abgeht. Die Fahrgäste sind alle drin. Das ist wunderbar. Dann setzen wir uns einmal aufs Stühlchen drauf. Ganz wichtig, Bremse aufsperren. Dann Türschließbefehl reingeben. Die Spitzenbeuchtung müsste leuchten. Der Kirchengong von unserer Lokomotive kommt auch. Die drei weißen Spitzenlichter leuchten. Die Türen sind zu. Unsere Tür lassen wir noch auf. Der Kollege vor uns hat hier auf der Lokomotive scheinbar geraucht. Und damit der Geruch rausgeht, lassen wir noch ganz kurz die Tür auf. Sonst sind wir nämlich am Ende die Bösen, die angeblich geraucht haben, obwohl wir das ja gar nicht machen. Wir wollen in unserem Körper ja was Gutes tun. So, Leistung aufgeschaltet. Raus geht's aus Augsburg Hauptbahnhof. Das PZB-Startprogramm wird sich auch gleich melden. Da kommt's schon. Die Ausfahrt gestaltet sich mit 40 Kilometern pro Stunde. Das können wir so lassen. Das Türchen machen wir zu. So. Und dann geht's los. Die Reise mit dem München-Nürnberg-Express über seine Umleiterstrecke von Augsburg über München-Parsingen bis nach München in den Hauptbahnhof. Ja, die Besonderheit, warum wir heute... Wieso? Wir waren nicht über 45. Wir waren nicht mal bei 40. Ja, also die erste Besonderheit hätten wir hier schon mal. Und zwar, dass man den Zwangs-Pamsung eingedrückt bekommt. Ja, Türfreigabe. Alles gut. So, kurz reindrücken. Naja, bis der Zug wieder aufgepumpt ist. Das dauert jetzt einen Moment. Genau, was ich eigentlich sagen wollte. Besonderheit ist halt, dass wir heute umgeleitet werden aufgrund eines umgestürzten oder mehrerer umgestürzte Bäume auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen München und Nürnberg bzw. Ingolstadt. Und aus diesem Grund verkehrt halt der München-Nürnberg-Express ist heute auf einem anderen Fahrweg. So, jetzt buchen wir das nochmal mit der Zugkraft. Das klappt. Okay. Alles gut. Dann ein erneuter Versuch. Dieses Mal mit 1000 Hertz Beeinflussung. Wechselblinken. Naja, beim nächsten Mal befreie ich mich einfach eher, damit wir in solche Pedulien gar nicht hineingeraten. Okay. Ja, und warum das mit so umgestürzten Bäumchen immer mal wieder ein Problem ist bzw. warum das immer so sporadisch auftritt, das können wir dann gerne während der Fahrt nochmal erklären. Wir sehen erstmal zu, dass wir jetzt hier mit möglichst wenig Verspätung aus dem Hauptbahnhof von Augsburg herauskommen und unsere Reise in Richtung München beginnen können. So, was sagt denn unsere Anzeige? Die gibt schon theoretisch 60 frei. Da sind wir aber noch gar nicht vorbei an der Signaltafel. Dann Augsburg-Hahnstedt-Straße am Bahnsteig 4 in around about 1000 Metern. Das sollte kein Problem sein. Jetzt kommt auch wieder Zugkraft. Okay. Da vorne kommt der Bahnhof. So, jetzt blinkt nur die 85. Wir dürften theoretisch über die 45 drüber beschleunigen. Das klappt jetzt auch. Okay. Und dann ziehen wir die Zugkraft zurück. Zack. Und gehen einmal ins Bremsen über. So, wir stauchen den Zug schon mal leicht mit der elektrisch dynamischen Bremse. 150 sind dann theoretisch fahrbar. Und wir probieren gleich mal noch unsere AFB dann im Stillstand einzuschalten. Das habe ich jetzt in der Eile am Hauptbahnhof nicht geschafft. So, wir werfen einmal hier die E-Bremse schön stark rein. Gehen auch mit der Druckluftbremse noch hinzu. So, und dann langsam auslösen. Ich weiß nicht hinten. Ja, das passt eigentlich schon ganz gut. Können wir den Zug zum Stehen bringen. Die Türen in Fahrtrichtung links freigeben. Und dann dürfen unsere lieben Fahrgäste raushüpfen. So, ich wollte es ja vorhin schon machen. ASB, ASB, ASB. Genau, die AFB einschalten. Als Führungsgröße wird die Geschwindigkeit schon kurz vorgewählt. 150 darf gefahren werden. Die stellen wir auch schon mal ein. Passt. Punkt mal aus. Genau, die AFB-Haltebremse funktioniert. Auch wenn wir uns da in Realität nicht darauf verlassen. Und dann, genau. Gucken wir mal ganz kurz zum Fensterchen raus oder zum Türchen raus. Da hinten scheinen alle eingestiegen zu sein. Die Abfahrtszeit ist auch ran. Dann, klack. Der Kirchengong kommt. Hat geklappt. So, Drittstufen sehe ich auch keine, die ausgefahren sind. Dann würde ich sagen, schmeißen wir die Tür in ihrer Halterung zurück. Und lösen die Bremse noch mal kurz aus. Tastenleistung vor. Die AFB-Haltebremse sollte lösen. Tut sie auch. Wunderbärchen. Wir geben Leistung. Und 1, 2, 3. Sind wir wieder frei. So. Genau. Hat's genommen. Dann einmal beschleunigen und zwar auf 150. Wir gucken gleich, wo wir als nächstes noch anhalten müssen. Wir fahren ja heute mit einem sehr außergewöhnlichen, naja, Fahrplan. Mit einer sehr außergewöhnlichen Zugnummer. Für diejenigen, die übrigens das Szenario nachspielen möchten, die können natürlich einfach in den DTG Live-Bereich gehen, in den Creators Club und sich dort das entsprechende Szenario herunterladen, insofern es denn verfügbar ist. Die Szenariobezeichnung mit der entsprechenden Zugnummer habt ihr am Anfang gesehen. Das dann einfach oder danach einfach im Store suchen. So. Oh, da kommt schon ein bisschen Radschlupfen wird in die Quere. Also sprich, die Achsen sind unten durchgedreht, weil wir zu viel Zugkraft aufgeschaltet hatten. So. Und wir wollen immer ungefähr an die Schlupfgrenze heran. Und dann können wir den Hebel auf den Tisch legen. Perfekt. Und Höchstgeschwindigkeit aufnehmen. So. Unser nächster Halt ist dann in Mammendorf an Bahnsteig Nr. 4. Das können wir rein elektrodynamisch machen. So. Hier. Schöne runterbomsen. Perfekt. Dann hat uns der GPA hier vorne auch nichts an. Wir fahren unsere 130. Ziehen die AFB-Nadel noch ein Stückchen zurück. Und können wieder Zugkraft freigeben. Den Kollegen grüßen wir kurz. Ah, das wäre auch mal noch was. Oder mal wieder was. Oh. Der hat sich aber ordentlich verbremst. Aber keine Sorge. Passiert am besten. Augsburg Hauptbahnhof. Ja. Da kann man einmal hinten rein in den Steuerwagen. Na gut. Hier kommen wir nicht mit der Kamera durch. Und im Idealfall auf der anderen Seite wieder raus. So. Fernlicht wollte ich hier eigentlich nicht eingeschaltet lassen. Wir wollen die Kollegen hier nicht ärgern. Die sollen alle mit genau demselben Sehvermögen ihren Dienst dann wieder quittieren können. So. Da war gerade eine LF7-Tafel. Wir können also auf 160 beziehungsweise wahrscheinlich schon 200 wieder hoch. Ach nee. Wir sind ja auf den Fernbahngleisen. Nicht auf den Fernbahngleisen. Sondern auf den Region-Gürtelzug gleisen. Und da ist Vmax 200. Äh. 160. Das wäre ja schön, wenn man hier drüben auch 200 fahren könnte. Aber das lässt die Trassierung an vielen Stellen nicht zu. Und sowieso bei dem München-Nürnberg-Express wären wir meiner Meinung nach sowieso auf der linken Seite hier besser aufgehoben. Auf den Schnellfahrstrecken-Gleisen. Weil die Lokmotive packt 200. Der Wagenpack packt 200. Ja. Das war früher mal Deutschlands schnellste äh Regionalzug. Und mittlerweile ja, sind hier die schnellsten auf Wendlingen-Ulm unterwegs. Da geht es jetzt mittlerweile auch mit äh Regulwagen. Und zwei Vectron aktuell im Doppelpack vorgespannt. Über die Strecke mit Vmax 200. So. Sieht nachher auf grün. Alles okay. So muss es sein. Ganz kurz vielleicht zu den Wagen. Ähm. Da bitte nicht wundern. Das sind natürlich einfach mit ähm einem entsprechenden ja Design aufgelegte Wagen aus dem Intercity-Verkehr. Das ist jetzt nicht ganz realitätsgetreu. Die Wagen sehen zwar ziemlich gut aus. Aber äh in echt haben die doch so ein paar andere ja Markierungen. Ein leicht anderes Aussehen von München-Nürnberg-Express. Aber so ungefähr passt das schon. Man hat jetzt eben hier einfach auf diese Wagen zurückgegriffen. Weil aktuell keine wirklichen anderen Personenwagen in Transylver 3 zur Verfügung stehen. Und man sich damit dann quasi ja durch die Lackierung einen fiktiven Nürnberg äh einen München-Nürnberg-Express erschaffen hat. Ich finde auch vom Design her sind die ziemlich gut geraten. Was mir nur immer wieder auffällt dass das DB-Logo bei den Originalfarbgebungen hier immer sehr sehr schön aussieht und sehr originalgetreu. Und wenn man sich jetzt mal die Wagen anguckt ich will nicht sagen dass es irgendwie schlecht aussieht aber ähm gerade dass das hier so eckig und kantig ist also man hätte sich bei den Schriftzügen und bei den Logos finde ich noch etwas mehr Mühe geben müssen. Gerade auch hier an der Seite das DB-Bahn steht natürlich normalerweise nicht einfach nur ähm in Rot eingedruckt da und auch die naja breiten Verhältnisse von den ähm von den Lackierungen die sind in echt ein bisschen anders aber wir können glaube ich alle froh sein dass wir überhaupt so viele neue Farbkleider in Transom World 3 haben und die über den äh Library Designer an der Stelle beziehen können. Das ist wirklich sehr 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 schön und auch an diejenigen die da äh Repaints erstellen die sich für Szenarien äh einsetzen da selber welche zusammenbauen. Das finde ich ist eine wirklich super Sache. und äh lieben lieben Dank an der Stelle für diese ja doch wunderschönen Szenarien die da den Weg in die Simulation finden. Denn gerade im Vergleich zu dem was hier zu den Strecken manchmal mitgeliefert wird hat man dadurch eine ziemlich große Abwechslung. Man hat vor allem auch mal unterschiedliche Wagenparks die man am Zug hinten dran hat. Man hat allgemein sehr unterschiedliche Zugkonfigurationen von wunderschönen Altbaugarnituren bis hin zu Neubaufahrzeugen Fahrzeugen und ECEs ist hier wirklich einfach alles vorhanden und im Großen und Ganzen sorgt das einfach für die Abwechslung die man sich auch in so einer Simulation ja wünschen darf und die man auch genießen können sollte. Ich meine nämlich auch wenn man einen ziemlich großen Pool an Addons bereits hat dann macht sich das eben gerade mit diesen freien Szenarien auch sehr schön weil man eben auch die Fahrzeuge von den anderen Strecken so auf der Strecke mit Abbilden einbauen kann und wenn man sich teilweise in den freien Fahrplanmodus hineinsetzt bekommt man zwar auch viele viele schöne Fahrplan-Szenarien geliefert aber man kann dort immer noch nicht alle Fahrzeuge auf allen Strecken fahren und gerade das finde ich echt schade dass man zum Beispiel ich nehme jetzt einfach mal den ICE 1 als Beispiel ich glaube den konnte ich nur auf sämtlichen Hochgeschwindigkeitsstrecken im Fahrplanmodus fahren und auf lass mich jetzt nicht lügen aber ich glaube auf Rhein-Ruhr-Osten mit den zumindest aktuellen Updates konnte ich das Fahrzeug gar nicht einsetzen also über Freeware-Szenarien beziehungsweise über Szenarien aus dem DTG-Livestore da geht das weil man das eben so zusammenbauen kann wie man es möchte aber davor mit den reinen Fahrplan-Szenarien und wenn man sich nicht bei DTG-Live angemeldet hat dann gab es da keine Möglichkeit ja an irgendwelche ich sag mal besonders abwechslungsreichen Szenarien dran zu kommen und gerade das finde ich schade also man ist halt wirklich gezwungen auf diesen Livestore zurückzugreifen oder die Szenarien manuell zu installieren aber da bin ich immer nicht so der Freund davon weil man muss dann immer raussuchen was muss ich da wie zusammenbasteln damit man das irgendwie in den Simulator reinbekommt dann gibt es da hin und wieder auch mal Abstürze vom Simulator wenn man da irgendwas externes mit reinlädt und da ist mir das mit dem integrierten Workshop mit den integrierten Szenarien die man sich da herunterladen kann wirklich tausendmal liebe und gerade wenn ich immer das gewisse Chaos aus dem Train Simulator zurückblicke das waren ja teilweise Stunden Tage die ich damit alleine nur zugebracht habe wo ich irgendwie Szenarien installiert habe irgendwelche Repaints neue Strecken Updates und so weiter das ist alles schön und gut dass sich da jemand die Arbeit gemacht hat aber den ja diesen Installationsaufwand dann jedes Mal auch da mit hinein zu bringen das ist schon ich sage mal ein bisschen lästig wenn man einfach eben nur fahren möchte weil man man holt sich ja nicht so einen Simulator um dann den ganzen Tag da zu sitzen und ja Szenarien Repaints Strecken Updates etc. zu installieren man ist zwar dankbar dass es das gibt aber man möchte ja doch fahren man möchte Schienen sehen man möchte Bahnhöfe sehen man möchte Fahrzeuge genießen können und das alles in einem ja sehr schönen und im Idealfall angenehmen Umfeld und deswegen geht er wirklich was externe Szenarien angeht mittlerweile ein dicker Pluspunkt in Richtung TSW Ja und bei so vielen Pluspunkten wie wir gerade eben genannt haben gibt es dann gleich noch wieder was Negatives damit wir die Stimmung hier wieder schön ausgleichen und ja alle Aspekte an der Stelle beleuchtet haben das ist natürlich immer noch hier unten die ja Unschärfe bei den Radsätzen da hat man es immer noch nicht so wirklich hinbekommen dass da ja dass die Räder einfach rund laufen ohne diese komischen Schatten hier unten zu werfen so wir haben noch 5 Kilometer bis nach Mammendorf wir können auch mal ganz kurz in den Fahrplan hineinlunzen dann sehen wir noch ganz kurz unsere anderen Halte Mammendorf ist dann nochmal ein Zwischenhalt dann München-Parsing das ja macht auch Sinn da anzuhalten und München-Hauptbahnhof ebenfalls da geht es dann auf Gleis 16 rein genau sehr schön aber ja an sich ist die 101er hier in Trinzum World 3 ein auch sehr gelungenes und schönes Fahrzeug wie ich finde es macht immer wieder Spaß mit ihr zu fahren und ich glaube auch an der Häufigkeit dessen wie oft ich dieses Fahrzeug auspacke wirst du das schon gemerkt haben dass ich die echt sehr gut leiden kann so wir sind bei 33,4 dann können wir eigentlich schon mal die Leistung rausnehmen so und jetzt lassen wir den Zugverband einfach ausrollen also nicht vollständig aber na gut wir müssen sowieso rein bremsen uiuiui das ist doch ein bisschen knapp jetzt das wird doch ein bisschen knapp es könnte in der Zwangse enden ja das war jetzt Eigenverschulden ich habe schon gemerkt im oberen Geschwindigkeitsbereich dass die Geschwindigkeit zu langsam abfällt und wenn das der Fall ist gerade bei 160 dann sieht es wirklich eng aus man muss da halt ja von Anfang an in der Regel schön stark rein bremsen gerade bei Bremsungen von 160 runter auf ja eigentlich egal welche Zielgeschwindigkeit alles was da unter 100 liegt muss mit wirklich entsprechend viel Bremskraft erreicht werden das dauert halt so und dann probieren wir nochmal ganz kurz neu Leistung aufschalten Leistung vortasten den Zugverband langsam strecken mit ungefähr 20 Kilo Newton und dann versuchen wir es auf ein neues so 55 äh 45 Kilometer pro Stunde als restriktive Überwachung wir sind mal so dass wir uns daraus ganz kurz befreien dass wir hier etwas schneller in den Bahnhof trotzdem noch einfahren können 80 erwarten na jetzt gibt es wohl keinen tausender ok so Leistung raus der Vorteil ist jetzt in Anführungszeichen noch dass wir die Zwangsbremsung nicht einfach irgendwo auf offener Strecke bekommen haben sondern unmittelbar vor der Bahnhofseinfahrt und wir eben da sowieso runterbremsen mussten was heißt wir haben nicht ganz so viel Zeit verloren wie wir es hätten wenn wir wieder auf 160 beschleunigen müssten weil dann ist eben die Zeitdifferenz die da abfällt oder die quasi verfällt dadurch dass wir diesen Fahrfehler mit drin hatten wesentlich größer na gut jetzt langsam mal reinfahren ist natürlich auch semi optimal so das passt genau in Fahrtrichtung links schnell die Türen freigeben so da drüben kommt gerade irgendein Fernzug AFB Haltebremse hält uns ok also sollte man sich auch in echt nicht drauf verlassen in der Simulation können wir es machen da kann nichts passieren genau und da ist gerade noch ein ICE an uns vorbeigezischt ach und genau das ist auch noch was wenn wir jetzt hier zum Beispiel mit der Kamera unter die Sichtlinie von dieser Schallschutzmauer zum Beispiel kommen dann wird auch immer die Kamera so ich sag mal nah herangedrückt das finde ich auch wirklich sehr unschön in Transom World weil dadurch dass man quasi dann einfach herumgeschoben wird hat man teilweise doch ein sehr sehr komisches Blickfeld auf die Fahrzeuge oder allgemein mit der Kamera ich fände es gut wenn man dann quasi trotzdem einfach noch an der Stelle zurückbleiben würde und eben wenn jetzt halt die Sichtlinie so wäre dass man eben einfach in dieser Situation bleibt wenn ich jetzt hier in die Verfolgungskamera springe mit der Taste 2 dann würde ich genau auch an dieser Wand wenn ich da runter hinunter sinke wieder nach vorne gedrückt werden das finde ich ein bisschen schade ich weiß nicht warum man das mit eingebaut hat vielleicht hat es auch irgendeinen Grund dass man sich da irgendwas speziell dabei gedacht hat aber ich finde es ein bisschen unangenehm so Leistung vorwählen Zug wieder langsam strecken und dann hier ist ratzmatz und wir können weiter die Ausfahrt hier auch mit 80 und zwar bitte bis zum Ende des Weichenbereichs beziehungsweise bis zum nächsten Hauptsignal und darüber natürlich hinaus mit dem Zugschuss Ah es geht sogar ins Gegengleis mit einem Gegengleis Auftrag oder Gegengleis Fahrauftrag so 80 einmal per ZS6 rüber sehr schön so dann dürfte unser Zugverband jetzt aus dem Weichenbereich raus sein genau wir können beschleunigen und wir gucken mal ganz kurz was in unserem Fahrplan drin steht ob wir 160 fahren dürfen jo das ist der Fall was jetzt auch gerne naja zumindest bei Ausbildungsfahrten eben gesehen wird oder was man auch einmachen könnte wenn man eben in Geschwindigkeitsbereiche einfährt wo niedrigere Geschwindigkeiten zugelassen sind dass man eben den AFB-V-Steller auch dementsprechend so einstellt damit man eben nicht in diese Problematik kommt mit diesem naja ich sag mal Gedankenkäfig dass man hier sieht oh ich hab 160 freigegeben naja dann lege ich da einfach den Hebel nach vorne die AFB wird das schon machen obwohl man dann eben nur viel niedrigere Geschwindigkeiten fahren darf deswegen entweder gleich den AFB-V-Stellerhebel runterziehen oder ja Leistung rausnehmen reinbremsen und dann vorsichtig eben nachregeln wobei gerade auch im Fernverkehr eigentlich sehr viel mit der AFB gefahren wird weil ja eben auch ja die Züge leicht sind man da eigentlich ziemlich gut mittlerweile reinbremsen kann mit der AFB auch trotzdem ich bin immer so der Fan wirklich das Führerbremsementier in die Hand zu nehmen und das selber einfach ja zu machen und zu behalten so auch hier gibt's wieder ein ZS6 der Gegengleisfahrauftrag wird verlängert den muss es nämlich jedes Mal neu geben wenn man irgendwie an einer Überleitstelle an einem also jedes Mal wo man irgendwie zurück wechseln kann ins Richtungsgleis da sollte ein erneuter Gegengleisfahrauftrag erfolgen bei Bahnhöfen ja wenn die Gegengleisfahrt beibehalten wird dann sollte da immer irgendwie ein ZS6 sein bei ständig eingerichteten Gleiswechselbetrieb ist das sowieso kein Problem da lässt das die Signalisierung in der Regel ohne Probleme zu unangenehm wird's immer dann wenn man da irgendwie Befehle schreiben muss gerade aus Fahrdienstleiter Sicht das kostet Zeit und damit halt auch ja gewissermaßen wobei nicht immer aber es kann eine entsprechende Verspätungsminuten in den Fahrplan hinein mogeln weil das eben immer wieder Handlungen sind bei denen man ja selbst doch sehr aktiv werden muss und ja Gehirnschmalz zusammenkratzen muss den man eben nicht für andere Sachen in dem Moment verwenden kann wie schön rot der Zug hier glänzt 101 065 Strich 1 da oben auch die Antenne mit auf dem Dach der Strom und jemand macht immer schönen Satz nach oben und unten immer bei Brücken wenn die irgendwie etwas tiefer sind ja also das ist schon ziemlich extrem wie der hier hoch und runter geht aber das sollte dann nicht so sein und LZB mal gucken ob wir aufgenommen werden es wäre mir jetzt ganz recht wenn man die LZB aufnehmen würde ja da kommt schon wieder was so und wenn man halt so frühzeitig reinramst ist das auch kein Problem dann muss man da nicht so hart in die Eisen gehen man sollte jetzt auch ich habe das schon wachsam gedrückt achso jetzt übernimmt das ist jetzt ein bisschen ein bisschen sehr komisch also keine keine Ahnung warum die jetzt da so heftig reingegangen ist aber wahrscheinlich hat die einfach in dem Moment die LZB so reinfliegen lassen mit der bereits eingesteuerten Bremskurve und da die einfach schon eine viel niedrigere Zielgeschwindigkeit vorgeschrieben hat hat das Fahrzeug dann entsprechend stark reingebremst aber ich war von der Bremskurve her eigentlich schon ziemlich gut drin also wir hätten die 80 auf jeden Fall da vorne gehabt beziehungsweise schon am Überwachungsabschnitt oder in der eingezeichneten Bremskurve der PZB weil ich eben ja so frühzeitig reingedremst habe so und dann 80 diesmal kein Gegenglas-Fahrauftrag heißt für uns es geht im Regel-Glas weiter so das bin ich leicht über genau mit der Zielgeschwindigkeit deswegen bremsen gleich nochmal nach so und dann passt das schwuppdiwupps geht es wieder drüben auf das andere Gleis jetzt sind wir wieder im Regelgleis unterwegs genau also das Regelgleis ist in der Regel das in Fahrtrichtung rechte Gleis und das Gegengleis ist in der Regel das in Fahrtrichtung linke Gleis wobei diese Bezeichnungen eben nur auf der freien Strecke greifen in Bahnhöfen gibt es kein Regel- und Gegengleis da sind es einfach Gleise wobei man die auch dann nochmal unterscheiden kann in Hauptgleise durchgehende Hauptgleise Nebengleise Abstellgleise und 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 aber auf der freien Strecke also da wo keine Bahnhöfe sind da gibt es eine Regel und ein Gegengleis ja wie so sage ich auch in der Regel rechts es gibt tatsächlich im deutschen Streckennetz Ausnahmen wo das naja Regelgleis nicht wirklich rechts verläuft und auch das Gegengleis dann dementsprechend nicht links sondern wo das Ganze vertauscht ist das sind aber so wenige Stellen im Streckennetz die Lokführer die da unterwegs sind die wissen das eigentlich auch oder sollten das zumindest wissen als Beispiel ja könnte man da zum Beispiel die Nürnberger Einfahrt nennen die müssen ich weiß gar nicht habe ich euch die damals aufgenommen wenn nicht dann kommt dazu vielleicht noch ein Video muss ich tatsächlich mal gucken ob ich die Führerstandsmittfahrt damals schon hochgeladen hatte naja mal gucken ich will jetzt noch nichts anteasern aber da gibt es vielleicht noch was was demnächst mal als Führerstandsmittfahrt dann mitkommt so für uns erstmal 160 und Next Stop München-Parsing so mit grüner Welle geht es weiter ja ja komm geht zurück liebe Leistung ich weiß WV sollstelle auch das ist wirklich noch was das lässt sich in der Simulation immer ein bisschen schwierig machen weil man eben da nicht so schnell agieren kann wie das in echt der Fall ist in echt brauchst du für diesen Handgriff den Bruchteil einer Sekunde drehst ganz kurz oben den AFP-V-Sorsteller ziehst ihn zurück legst ihn nach vorne gegebenenfalls nimmst du dir Zugkraft eben noch mit raus und steuerst die dann neu ein also bei dem Austritt aus der LZB und natürlich oder Fahrten mit mit AFP wenn du ohne AFP fährst da kannst du drüben rumrudern wie du willst da wird das nichts verändern so damit dürfen wir jetzt schon kurz vor München sein 160 sind noch angeschrieben aber nicht mehr lange dann sind wir im Ballungsgebiet ja ich wollte noch was verlieren zu unserer Umleitung heute bei der Bahn kommt es immer mal wieder vor dass eben Bäume umstürzen und ja das hat man natürlich auch ausgewertet und erfasst gerade auch geguckt in welchen Zeiträumen kommen denn solche Baumstürze zustande und das sind in der Regel immer dann die Jahreszeiten in denen A oder die Monate des Jahres in denen starke Stürme herrschen wo eben gibt es da vorne ein ZS3V ne also ZS3V nicht aber 130 per LF6 ja das sind in der Regel immer die Jahreszeiten in denen starke Stürme werden also der Herbst ist sehr berüchtigt dafür gerade der Monat September September Oktober das sind so ja zwei Monate wo eben auch die Statistiken immer wieder ansteigen und um eben zu verhindern dass dadurch betriebsanschränkende Situationen zustande kommen deswegen schneidet man dann eben Bäume in einem gewissen Bereich um die Gleise entsprechend frei oder stutzt eben die die Äste die da zu weit rausragen und wenn sie eben zu nah am Gleis dran stehen ja dann müssen sie eben teilweise auch wirklich gefällt werden was eben einfach den Hintergrund hat dass dann die Bäume wenn sie eben umstützen sonst ins Gleis reinfallen könnten und das will natürlich niemand weil sowohl in dem Zug sitzen Personen drinne und ganz wichtig natürlich für uns hier jedenfalls dass da ganz vorne eben auch eine Person drinne sitzt nämlich in der Regel das Personal der Triebfahrzeugführer der diesen Zug zu fahren hat und aus diesem Grund schneidet man eben die Bäume aus einem ja gewissen Bereich extra heraus so und das passt von der Länge auch schon wir halten hier mal ähm Wiederholer an so die AFB-Haltebremse kommt sehr schön und in Fahrtrichtung links die Türen öffnen genau die werden eben aus einem gewissen Profil herausgeschnitten nicht nur aus dem Lichtraumprofil und zwar aus dem genannten Grund weil eben die Bäume ja auch einen ähm einen Umsturz Winkel haben oder einen ja einen ja einen Radius in dem sich eben der Baum dann ja niederfallen lässt wenn er denn umkippt besonderes Augenmerk legt man dann natürlich auch darauf dass eben die Bäume zum Beispiel gerade stehen wenn sie gerade stehen ordentlich verwurzelt sind etc. ist das Risiko natürlich nochmal geringer weil sie eben fest im Boden verankert sind dann sind wir die Frage sind das junge Bäume sind das alte Bäume haben die Bäume irgendwelche Pilze ähm sind die Morsch und 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 also ganz viele Faktoren eben die da auch wieder mit rein zählen und deswegen schneidet man die eben speziell ja bei der Grünpflege zurück allerdings kann man jetzt auch nicht sagen hey da ist jetzt ein ein Wald oder beziehungsweise da stehen so Bäume am Bahnhang dran lass die mal alle wegfällen weil die könnten ja umfallen das macht man auch nicht ähm unter anderem deswegen weil natürlich auch so ein Hang durch das Wurzelwerk gehalten wird und wenn man da jetzt einfach sagen würde hey wir fällen alle Bäume weg kein Problem dann ähm sieht das die nächsten Jahre dort an der Stelle wirklich problemlos aus ist halt etwas kahler aber das würde man in Anführungszeichen in Kauf nehmen können die Bäume pflanzt man an anderer Stelle wieder neu an dann wäre das natürlich eine Möglichkeit aber keine sehr gute Möglichkeit weil eben an so einem Hang ja wird das Erdreich auch durch die Wurzeln gehalten wird festgegriffen und wenn jetzt der Baum weg ist die Baumwurzel abstirbt ja was passiert dann dann wird sich früher oder später dieser Hang so langsam in Bewegung setzen und zwar meistens dann wenn eben der Boden aufweicht wenn es stark geregnet hat wenn vielleicht noch bei so einer Übergangsphase zwischen ja Tauwetter auf Frühlingszeit dann wieder sich all das Weiße verflüssigt und ganz viele Wassermassen den Bahndamm herunterpreschen dann wird sich diese Bahndamm leider wegbewegen und das wollen wir ja auch nicht und genau aus diesem Grund ja kann man die nicht einfach alle wegfällen dann muss man zum Beispiel das ist auch gewünscht ganz kurz gucken wir in den Signalen das schaut alles gut aus okay muss man dann am besten so kleine Büsche anpflanzen das ist auch der Grund warum die auf vielen Neubaustrecken zum Beispiel am Bahndamm stehen damit sich dort eben flaches Wurzelwerk ausbreitet was den Bahndamm festhält damit der nicht einfach weggespült wird also du merkst schon es gibt immer so Pros und Contras bei allen Sachen die man da irgendwie mit ja mit der Bahn macht so die 90 gelten nicht für uns aber ich weigere mich irgendwie noch hier mit so hohen Geschwindigkeiten lang zu fahren das ist einfach gerade so eine mentale Blockade na gut genau und hier drüben siehst du zum Beispiel die Bäume stehen in einem entsprechend großen Abstand zur Strecke sowohl nach rechts als auch nach links und das ist nicht nur im Spiel so das versucht man auch in der Realität so weit es geht eben umzusetzen und die Bahn holzt diese Bäume auch nicht einfach ab und sagt weg damit oder da bauen uns jetzt Schwellen draus oder so nein die werden dann teilweise auch wirklich an Ausgleichsflächen wieder angepflanzt so dass man halt sagen kann hier den Baum haben wir da gefällt dafür setzen wir euch keine Ahnung im Wald XY als was war denn jetzt da war doch gar nichts an der Stelle XY zwei oder drei Bäume hin so gelöst ne ne die Türen wollen wir nicht freigeben Zugbeeinflussung Zugbeeinflussung na die Lokmotive redet heute viel aber lassen wir sie mal ja wieso denn 60 kmh wir gucken nochmal ganz kurz darinter oder waren da habe ich die Signalbrücke vielleicht übersehen aber nein hier ist ja nicht mehr ein 1000 Hz Gleismagnet also maximal das Signal wenn das hier aber ich meine stark da war Fahrt erwarten angezeigt es kann natürlich sein dass ich mich jetzt echt so stark verquatscht habe ich wüsste auch nicht warum da vorne haben wir dann Halt erwarten ja in der Tour natürlich wieder anrufen bei der Fahrt ist leider brauche ich jetzt eigentlich noch etwas dazu sagen können wir hier leider nicht machen in der Simulation und dann rauf auf 40 zur Thematik Grünschnitt wieder zurück es gibt dann eben auch entsprechende Botaniker die dann zum Beispiel von Eisenbahninfrastrukturunternehmen angestellt werden die sich eben genau solche Situationen dann angucken sollen ob das jetzt die große rote Eisenbahn ist ob das private Unternehmen sind oder irgendwer anders das sei jetzt mal dahingestellt oder vielleicht auch einfach als Gutachter dass die da engagiert werden was ist denn ich habe wachsam gedrückt also wenn die jetzt solche Probleme auf den letzten Metern macht dann gibt es da eine ganz einfache Lösung wir nehmen einfach die Zugsicherung raus und den Rest der jetzt hat sie sich ausgeplappert und den Rest der Strecke simuliere ich dir das Zugsicherungssystem einfach ich spiele jetzt meine eigene PZB wir kriegen das schon hin einfach trotzdem wachsam drücken und dann passt das schon so und genau na jetzt kommt ja doch jetzt kommt sie das könnte gleich in Radstoff übergehen ja doch die 60 Kilo Newton bringt sie ordentlich bei trockenen Witterungsbedingungen oder Witterungsverhältnissen auf die Schiene sehr schön ok naja auch hier drüben nochmal ein sehr sehr schönes Beispiel gerade dazu nein 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 wir müssen sowieso wieder in die Lok rein weil wir ja Halt erwarten haben aber wer gerade rechts an den angeguckt hat der wird da ui so schnell auf 45 runter das passt das wäre jetzt zumindest die Bremskurve vom 500 Hz Gleismagneten gewesen die wir da eben hätten einhalten müssen naja wir lassen mal noch den Zug drauf zurollen ich nehme mal an dass der ICE da vorne ja uns dann noch den Block entsprechend versperrt die Haltebremse die greift schon ok genau warten wir noch auf den Kollegen und dann können wir weiter das sieht so schön aus einfach genial so wir können jetzt mal ganz kurz rinder gucken genau hier sieht man das sehr sehr schön also hier entsprechend die Flächen mit Gras bewachsen die Büsche stehen eben dann nicht nur zur Deko da und auch nicht nur dazu damit es hier ja etwas schöner bewachsener aussieht sondern die haben tatsächlich eine Funktion und eben die dass der Bahndarm hier jetzt nicht in naja Blickrichtung nach links abrutscht bei starken Regenfällen also die Natur hat sich da wirklich ich sag mal mit gut in das System Bahn integrieren lassen wenn man das mal so sagen kann oder beziehungsweise eigentlich andersrum die Bahn hat sich da gut mit der Natur engagiert so was wird denn das hier jetzt nun irgendwie parkt der Kollege da vorne oder was ach so wir stehen sogar noch hinter dem und er kann nicht weiter warum kann er denn nicht weiter was hat er denn für ein Problem so das ist unsere Fahrstraße blau markiert in der Gegenrichtung kommt wahrscheinlich noch was da ist auch was grün da ist auch was grün da steht noch ein Zug drin und wir müssen nebenan auf das Gleis okay aber was ist denn mit dem Kollegen der muss hier irgendwie raus ansonsten wird das nichts wann sollen wir denn da sein mal so rum geguckt kurz mal F1 mit T in den Fahrplan geschaut da steht natürlich wieder nichts drin aber mehr als 10 Minuten haben wir zwischen Pasing und München Hauptbahnhof sowieso nicht also ich habe hier so den leisen Verdacht abgelehnt auf Signalwechsel warten ja dass das Szenario vielleicht etwas verbuggt ist oder dass da eine unglaublich lange Wartezeit eingeplant ist die wir so aber gar nicht wahrnehmen möchten also ich würde dem Zug jetzt hiervon einfach noch eine Minute geben wenn er sich nicht in Bewegung setzt beziehungsweise der andere Zug dann in den Bahnhof reingeleitet wird dann würde ich sagen verabschieden wir uns hier schon mal ausnahmsweise aus dem Münchner Gleisvorfeld weil bevor wir jetzt hier 10 Minuten Ewigkeiten stehen und das Szenario vielleicht einfach einen kleinen Fehler drin hat das wäre mir dann doch etwas zu schade auf jeden Fall bei Umleitung fährt unser virtueller München-Nürnberg-Express über die Hochgeschwindigkeitsstrecke oder über die Schnellfahrstrecke zwischen München und Augsburg und genauso haben wir es heute mal gemacht da danken wir in der Hinsicht mal dem umgestürzten Baum und ansonsten gilt es natürlich irgendwie zu vermeiden so ich glaube unser Szenario wird an dieser Stelle enden da tut sich nicht wirklich was ich bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit es hat echt Spaß gemacht den München-Nürnberg-Express heute mal ja auf seine exotische Reise mitzunehmen die zwei Zwangsbremsungen ja keine Ahnung wo die jetzt rausresultiert kamen ich kann da nur auf irgendein Problem der Streikerschluss folgern oder bei dem ersten bei der Vorsignalisierung vielleicht habe ich da wirklich was übersehen ich würde es mir im Video auf jeden Fall nochmal selbst angucken alles in allem aber trotzdem hat es Spaß gemacht ich wünsche auch weiterhin viel Spaß auf dem Kanal Däumchen nach oben gerne wenn es dir gefallen hat Kommentar hinterlassen liken teilen abonnieren das Standardprogramm wie immer und dann würde ich sagen sehen wir uns in allerspätestens drei Tagen um 14 Uhr wieder in der Simulation oder auch bei einer echten Führerstandsmitfahrt mal schauen in dem Sinne macht's gut und allzeit gute Fahrt